Ein fürstliches Getränk hat sich das Saar da zubereitet. Hey Leute, hier ist einmal mehr der Saar und heute habe ich mein neues Mikrofon hier an. Und ich hoffe das funktioniert alles und ich weiß genau, ich sollte nicht dran rumfummeln, vor einigen Jahren habe ich mich noch lustig gemacht über einen ehemaligen Klassenkameraden, der im McDonalds stand und dort gearbeitet hat. Also ich habe nicht gelacht, weil er im McDonalds arbeitet oder so, na gut, vielleicht. Aber er hatte dieses komische, rote, glitzernde Headset an, so wie das, also nicht so schlicht, aber ich habe ihn auf jeden Fall dafür ausgelacht und jetzt renne ich selbst in der Öffentlichkeit rum mit so einem Headset. Naja, also heute werden wir probieren dieses komische Zeug hier und ich merke schon, das ist sehr dickflüssig. Ich glaube, ich habe ein bisschen das übertrieben mit den Bonbons hier. Ja, heute werden die rezensiert, diese kleinen Freundchen. Und zwar habe ich aus ganz einfachen Zutaten, nämlich einfach aus Wodka, eben denselben Eisbonbons und etwas Farbstoff, Lebensmittelfarbe, diesen Likör hier hergestellt, der in etwa schmecken dürfte wie das Gletscherwasser. Allerdings ist es viel billiger, denn so eine Flasche Wodka hier kostet 5 Euro, 6 Euro im Angebot. Und diese Eisbonbons, die kosten auch nicht viel und da gibt es auch noch günstigere im Real und so, da gibt es noch so günstigere Marken. Und wenn man das dann zusammen mixt, also da hat man wirklich für 5 oder 6 Euro pro 0,7er Flasche diesen Likör selbst zusammengebaut. Während ein Likör, den ich kenne, der Gletscherwasser heißt, 10 oder 12 Euro pro 0,5 Liter Flasche kostet, also sehr teuer. Deswegen dachte ich, vielleicht kann man das selbst machen. Jetzt mache ich das mal auf. Ich habe das jetzt wirklich 2 Monate nicht angerührt, nur immer geschüttelt. Hier tropft das ganz schön. Riecht das geil. Das ist der pure Geschmack von diesen Eisbonbons. Bevor ich das jetzt probiere, noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr diese Bonbons auch so liebt wie ich, ihr könnt die in die Tiefkühltruhe tun oder ins Eisfach, da geht es aber nicht so gut. Also bei minus 18 Grad ist es schon besser. Wenn ihr die lutscht, wenn sie minus 18 Grad haben, dann zerspringen die sofort im Mund, sobald ihr die ein bisschen lutscht. Und dann ist es so geil, weil, ich weiß nicht, es ist halt einfach ein geiles Gefühl, allein dieses Knacken. Und dann zerspringen die in 1000 Teile. Und diese 1000 Teile geben natürlich noch viel besser ihren Geschmack ab. Es ist so ähnlich wie Bonbons kauen, was man ja nicht darf, was der Saar aber macht. Nur, dass man nicht kauen muss. Man erspart sich sogar die Kauarbeit. Naja, das nur am Rande. Jetzt werden wir diesen Likör hier probieren. Ja, ich habe das jetzt in einem unvorteilhaften Gefäß. Zum Ausgießen, zum Ansetzen des Likörs war es sinnvoll, aber jetzt bekomme ich leider die Rechnung dafür. Jetzt probieren wir das mal. Habt ihr gesehen? So macht es der Saar. Und es sieht wirklich sehr gut aus. Das hier ist die Lebensmittelfarbe. Und jetzt seht ihr auch schon den Vorteil dieses Headsets. Denn der Ton verändert sich jetzt nicht mehr, wenn ich vorlaufe an die Kamera und irgendwas spreche. Das ist der Vorteil. Ach halt, ich nehme lieber den dreckigen Teller. Aus Umweltgründen. Ja, das ist die Lebensmittelfarbe, die ich benutzt habe. So sieht sie aus, wenn man sie am Finger hat. Und das hier ist eins dieser Eisbonbons. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Marken, aber von Stork. Das sind einfach die besten, finde ich. Und ja, wenn die eine Weile rumliegen, dann sehen sie leider so aus. Aber das tut dem Geschmack überhaupt keinen Abbruch. Die schmecken immer noch gleich. Auch wenn die Oberfläche nicht mehr so hart ist und auch nicht mehr so gleichmäßig. Ist einfach ein bisschen Feuchtigkeit drangekommen, weil reiner Zucker ist halt, oder fast reiner Zucker, ist leider Hygrophob. Hygrophil? Hydrophil. Also es zieht halt Wasser an. Jetzt probiere ich eins dieser Bonbons, die natürlich noch viel besser wären, wenn sie jetzt auf minus 18 Grad runtergekühlt wären. Wobei auf dem Dachboden hier im einstelligen Minusbereich bin ich sicherlich, zumindest gefühlt. Ja, und ihr seht auch, die sind nicht blau oder sowas. Es gibt die auch in blau. Ich glaube Gletschereis heißen die. Die gibt es auch zu kaufen. Die sind dann blau. Die hier sind eigentlich ohne Farbstoff. Ja, und es gibt irgend so eine bestimmte Gruppe von Aromastoffen. Also Zimtaroma ist eine Ausprägung dieser Stoffklasse und da gibt es irgendwie ganz viele verschiedene Aromastoffe. Habe ich damals im Chemieunterricht gelernt. Und diese Eisbonbons, die beinhalten einen Aromastoff dieser Klasse. Aber ich weiß jetzt nicht, wie das alles heißt. Keine Ahnung. Müssen die Chemiker mal in die Kommentare schreiben. Ja, und irgendwie habe ich auch gehört, das ist halt irgendwie so ein Birnenaroma oder das ist ein Aroma, das auch in der Birne drin ist. Aber keine Ahnung. Ich habe das mal gegoogelt. Das ist aber schon zehn Jahre her. Also da war das Internet noch nicht so weit fortgeschritten, wie das heutzutage der Fall ist. Heutzutage findet man ja zu allem irgendwas. Vor zehn Jahren, da war das noch so, ja, ich schätze mal in den zehn Jahren hat sich das deutschsprachige Internet vervierfacht oder verfünffacht oder sowas. Also jetzt findet man vielleicht schon eher was darüber. Ich war allerdings leider ein bisschen zu faul. Und jetzt probiere ich mal den Likör hier. Ja, der riecht natürlich wie das Bonbon. Er ist sehr dickflüssig. Ihr habt es gesehen, die Farbe ist wirklich geil. Es schwimmen viele Partikel rum, aber ist auch klar, weil das ist ja wirklich nicht dafür gedacht, dass man das jetzt auflöst und zu einem Likör verarbeitet. Ähnlich wie die Katzenkinder, die ich mal aufgelöst habe als Lakritzlikör. Ja, es riecht ein bisschen sprittig. Liegt natürlich dann an dem Wodka, den ich genommen habe. Wobei, Wodka riecht immer ein bisschen sprittig, oder? Ziemlich sauer. Oh, ganz anders als der Gletscherlikör. Aber geil. Ein fürstliches Getränk hat sich das Sada zubereitet. Es kühlt so richtig den Rachen. Sehr süß. Aber ich glaube, so süß ist der im Handel erhältliche Likör dieser Aromavariante ebenfalls. Das riecht halt ein bisschen sprittig. Ich weiß nicht, welchen Wodka ich genommen habe. Ist schon eine Weile her. Es war auf jeden Fall Wodka. Vielleicht sollte man einen besseren Wodka nehmen. Das erklärt dann vielleicht auch, warum dieser Gletscherwasserlikör so teuer ist. Also er ist deutlich saurer, ist meine Meinung. Das Aroma ist auch ganz anders. Also jetzt, wo ich das mal wirklich verkoste und genau hinschmecke, glaube ich, es gibt doch sehr intensive Unterschiede. sehr eklatant zwischen den verschiedenen Eisbonbons oder Gletscherbonbons. Es gibt keinen Überbegriff dafür, weil es ist halt eine bestimmte Art von Aromastoff. Das hat dann irgend so einen chemischen Namen, so einen Chemikernamen. Zum Beispiel Tritroprapinol oder sowas. Tri-1234-Benziplapinol oder sowas. Und man... Ja, keine Ahnung. Ich habe mal gelesen, Birnenaroma, aber keine Ahnung. Okay, Leute. Hier oder hier weitere Videos von mir. Ich rezensiere alle möglichen komischen Sachen. Ich mache auch öfter selbst mal irgendwelche Sachen. Allerdings geht es nicht nur um Lebensmittel auf meinem Kanal. Tschau Leute! So.